Wenn die Besten zusammenkommen, kann Großes entstehen. Denn das gemeinsame Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Als OMV und Borealis führen wir unsere Stärken zusammen, um gemeinsam einen neuen Weg zu gehen. Mit unserem Know-how um die Verarbeitung von Rohstoffen und unseren innovativen chemischen Verfahren schaffen wir neue Synergien. Wir sind bereit, mit wegweisenden Ideen voranzugehen. Wir verlagern den Schwerpunkt vom Verbrennen hin zum Veredeln wertvoller Rohstoffe. Diese verarbeiten wir zu hochwertigen Produkten für die Energiewende, die Medizin und das Leben der Menschen. Gemeinsam entwickeln wir nachhaltige Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und machen so aus Abfall wieder hochwertige Produkte. Damit leisten wir in Zukunft einen wichtigen Beitrag für eine CO2-ärmere Welt. Gemeinsam treten wir an, um mit Leidenschaft und Innovationskraft die Zukunft zu gestalten. Borealis und OMV. Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Borealis und OMV. 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 Borealisalis und OMV. Vielen Dank.